So, es geht weiter mit Arma 3, im Teil des Todes, immer noch, ja, ich weiß, die Drohne hat mich fertig gemacht, die mir die Nerven gekostet, ich hoffe, ich bekomme jetzt hin, so, wo lag der, hier vorne links, irgendwo, ja, hier ist der Drohnenrucksack, Nehmen wir den schon mal, Drohnen-Tasche, H-U-A-V-Germail. Okay. Okay, so... Okay, so... Und ja. So. Dominal mit UAV verbinden. So. UAV Dominal öffnen. Genau. Und dann hier losfliegen. So. Jetzt gehen wir zurück. UAV geschockt. Steuerung übernehmen. Ich könnte jetzt umschalten hier. Gab es da irgendeinen... Da ist irgendwie noch eine andere Ansicht gegeben. Eigentlich. Na toll. Toll. Und wie kann ich jetzt... Nein. Irgendwie konnte man hier in so eine Nachtansicht setzen. Äh, Nachtansicht doch nicht. Infrarot. Wie den Wälder? Wie den Wälder? Wie den Wälder? Komm, angreifen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, was kann ich jetzt noch machen? Scheiße, ich muss kein Plan. Ja, was kann ich jetzt noch machen? Ja, was kann ich jetzt noch machen? So, eigentlich müssen wir jetzt so hinkern, die... Ach, jetzt schießt der Mann. Ach, Englisch. Ach, das war eine schwerere Sport. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ich bin erst mal froh, dass ich da echt geschafft habe. Ohne Feuer jemals irgendwo was... So geschickt. Schnell weiter. Weg. Ah, 1,1 Kilometer. ach. Wiß. Wiß. Er, wie geht es. Holz. Wiß. Hoorst. Zurückziehen abgeschlossen. Oh, Mission abgeschlossen. Endlich! Miochi! Ich bin echt froh, ey. Ich hoffe, ich komme jetzt langsam ein bisschen besser ins Spiel rein. Das war riskant, aber dann bravo. So. Maxwell, Camp Maxwell. So, dann gehen wir zurück. Im Camp. Auf dem Stille. Ach so, damit laufen. Dann die nächste Mission abholen. Ich hoffe, ich werde auch noch irgendwas schönes. Shit, gotta be green back. I mean, they were twitchy. Something to do with MacKinnon? You know, yeah. You'd hear about that green on blue shit, but Christ, not for a good decade, at least. Strap Technic Map. Auftragsmod, Funkstöle. Als nächstes Funkstöle dann. Ja, aber das ist die nächste Mission. Mach ich dann aber erst. In der nächsten Ausgabe war jetzt eine kurze Ausgabe, aber ich wollte die Drohne noch kurz fertig machen. Ja, fertig machen habe ich sie auch, aber das ist die Drohnen-Mission. Das ist gar nicht so einfach jetzt war. Für mich als Anfänger natürlich. Für andere wahrscheinlich wieder, oh, ist doch einfach, bla bla bla. Aber egal. Nächste Mission dann, Funkstöle in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss functions. Bis dahin, tschüss. What's im Auftrag von, Tripik?